Musik Dieser spannende Film schildert eine abenteuerliche Begebenheit aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, als sich die Truppen der Nord- und Südstaaten in erbitterten Kämpfen gegenüberstanden und Gewalt vor Recht ging. Los, fängt ihn auf! Hände weg von diesem Mann! Rod Cameron als Cowboy von San Antone, um dessen Liebe zwei Frauen kämpfen. Marlene Whelan als die verführerische Julia Allaby. Lass mich zufrieden! Wenn ich das Brein erzähle, ist es aus mit dir! Forrest Tucker als Leutnant Brein, brutal und rücksichtslos. Julia sagt, du hättest die Goerfeind. Und du sollst mich wohl zur Strafe dafür umbringen? Das tue ich auch, wenn wir den Auftrag ausgeführt haben. Und Cati Jurado als heißblütige Mexikanerin Manuela. Ich werde nie jemand anders mitnehmen als dich. Ich auch nicht, Monina. Die Cowboys von Texas versuchen, ihre riesigen Vierherden in Sicherheit zu bringen. Sie ziehen durch die wilden Schluchten der Rocky Mountains und durch die unendlichen Prärien auf der Flucht vor den feindlichen Truppen. Aber nur wenigen gelingt dieses gefährliche Wagnis. Und mich wolltest du doch auch umbringen. Ja, richtig. Bist du bereit? Wie du willst. Darauf habe ich schon lange gewartet. Der Cowboy von San Antone. Ein Abenteurerfilm von dramatischer Spannung. Schauplatz des Geschehens ist Texas und das Gebiet der grausamen und gefährlichen Lipan erpachten. Schauplatz des Geschehens ist Texas und das Gebiet der grausamen. Schauplatz des Geschehens ist Texas und das Gebiet der grausamen. Schauplatz des Geschehens ist Texas und das Gebiet der grausamen. Schauplatz des Geschehens ist Texas und das Gebiet der grausamen. Schauplatz des Geschehens ist Texas. Vielen Dank.